Nichts als Ärger Um die Mittagszeit begannen diese verdammten Dinger schon wieder zu jucken und Perry musste sich fragen, ob er nicht zu einem Arzt gehen sollte. Aber das alles war nichts weiter als ein bisschen Ausschlag. Was für ein Weicheil musste man sein, dass man wegen ein bisschen Ausschlag zum Arzt ging? Was blieb einem denn, wenn man keine Selbstdisziplin hatte? Er war immer sehr gesund gewesen. Seit der sechsten Klasse hatte er sich nie mehr erbrochen, wenn nicht gerade Alkohol im Spiel war. Während andere eine Krippe bekamen, hatte Perry nichts weiter als eine laufende Nase und ein leicht unwohles Gefühl im Magen. Während andere sich wegen jeder Kleinigkeit krank meldeten, hatte Perry seit drei Jahren keinen einzigen Arbeitstag verpasst. Diese Widerstandsfähigkeit hatte er genauso von seinem Vater geerbt wie seine Körpergröße. Perry war 25, als der Krebs Jacob Dorsey, den zähsten Hurensohn seit Brian Urlacher, schließlich den Rest gab. Perry war von einem späten Footballtraining nach Hause gekommen und hatte seinen Vater dabei erwischt, wie er seine Mutter schlug. Die ganze Woche über hatte es immer wieder einige Stunden lang geschneit, sodass genügend Schnee liegen geblieben war, der in weißen Flecken das spärliche Gras bedeckte. Aber nicht so viel, dass die schmutzige Straße, die zum Haus führte, darunter verschwunden wäre. Die Straße schimmerte kalt und nass. Sein Vater hatte seine Mutter von der Vorderveranda in eine Pfütze voller Schneematsch geworfen und wollte sie gerade mit einem Gürtel schlagen. Die Szene hatte nichts Neues für Perry und bis heute wusste er nicht, warum er gerade dieses Mal durchgedreht war und sich zum ersten Mal in seinem Leben der rasenden Wut seines Vaters entgegengestellt hatte. Ich werde dir zeigen, wer hier das Sagen hat, Frau, sagte Jacob Dorsey, als er seinen Gürtel krachend nach unten peitschen ließ. Man gibt euch Wabe in den kleinen Finger und ihr nehmt die ganze Hand. Verdammt, was glaubst du denn, wer du bist? Obwohl sein Vater sein ganzes Leben im nördlichen Michigan verbracht hatte, besaß er einen ganz schwachen, schleppenden Akzent, der eher zu einem Mann aus dem Süden gepasst hätte. Zu jener Zeit war Perry im zweiten Jahr auf der Highschool. Er war bereits über 1,80 Meter groß, wuchs 200 Pfund und wuchs immer noch wie Unkraut. Er war kein Gegner für die 265 Pfund solider Muskelmasse seines Vaters, der über 1,90 Meter groß war. Trotzdem stürmte Perry auf ihn zu, sprang ihn an und riss ihn mit sich zu Boden auf die baufällige Vorderveranda. Um sie herum ging das Holzgitter zu Bruch. Perry kam als erster wieder hoch. Er schrie, knurrte vor Wut und versetzte seinem Vater einen schweren linken Haken. Der Kiefer seines Vaters brach unter diesem Schlag. Doch das fand Perry erst später heraus. Jacob Dorsey schleuderte seinen Sohn von sich. Perry sprang auf, um mit einem zweiten Angriff nachzusetzen. Doch sein Vater packte eine Schaufel und begann, so heftig wie noch nie, auf ihn einzuprügeln. Perry kämpfte, wie er noch nie gekämpft hatte. Denn er war sicher, dass er an diesem Tag sterben würde. Er landete zwei weitere Treffer auf den Kiefer seines Vaters, doch Jacob Dorsey zuckte kaum mit der Wimper und trosch immer weiter mit dem Schaufelblatt auf ihn ein. Am Tag darauf waren die Schmerzen selbst für den mächtigen Jacob Dorsey zu heftig. Er ging in die Klinik, wo ihm die Ärzte den Mund mit einem Drahtverband schlossen. Als sein Vater wieder nach Hause kam, rief er seinen Sohn zu sich an den Küchentisch. Nach den Prügeln mit der Schaufel war Perry grün und blau geschlagen und hatte ein Dutzend kleinerer Schnitte am ganzen Körper. Er konnte kaum gehen, doch er setzte sich an den Tisch, während sein Vater mit seiner Kinderschrift etwas auf ein Blatt Papier kritzelte. Jacob Dorsey war ein halber Analphabet, doch Perry konnte die Botschaft lesen. »Kann nicht sprechen«, Kiefer gebrochen, teilte ihm die Kritzelei mit. »Du hast gekämpft wie ein Mann. Ich bin stolz auf dich. Das ist eine Scheißwelt und du musst lernen, wie man überlebt. Irgendwann wirst du mich verstehen. Mir danken.« Das Furchtbare daran, wirklich furchtbar, sodass nichts davon wieder gut zu machen war, waren nicht die Schläge. Es war der Blick in den Augen seines Vaters. Ein Blick voller Trauer, voller Liebe und voller Stolz. Dieser Blick sagte, es hat mir mehr wehgetan als dir. Und nicht wegen des gebrochenen Kiefers. Die Prügel mit der Schaufel waren für seinen Vater das, was für einen geistig gesunden Vater ein paar Klapse waren. Etwas Unangenehmes, das jedoch zur elterlichen Verantwortung gehörte. Jacob Dorsey war nicht der Meinung, irgendetwas Falsches getan zu haben. Im Gegenteil. Er war davon überzeugt, dass er das Richtige getan und sich verantwortungsvoll verhalten hatte. Und obwohl er es hasste, seinen einzigen Sohn Schmerz zu bereiten, würde er alles tun, was nötig war, um ein guter Vater zu sein. »Ja, danke, Dad«, dachte Perry. »Vielen Dank. Du bist der Beste.« Doch so sehr er diesen Mann auch hasste, Perry konnte nicht leugnen, dass sein Vater ihn zu dem gemacht hatte, das er war. Jacob Dorsey hatte gewollt, dass sein Sohn ein zäher Bursche wurde, und das war ihm gelungen. Perrys Zähigkeit half ihm, sich auf dem Footballfeld auszuzeichnen, was ihm ein Stipendium und einen Collegeabschluss eingebracht hatte. Und obwohl Jacob Dorsey verrückt war, hatte er seinen Sohn eine unerbittliche Arbeitsethik eingeimpft, die Perry heute für einen seiner ganz entscheidenden Wesenszüge hielt. Es gefiel ihm, hart zu arbeiten. Er war gerne derjenige, auf den sich die Leute verließen, wenn eine Arbeit wirklich erledigt werden musste. Ausschlag hin oder her, Perry war bei der Arbeit, um seinen Job zu erledigen. Doch bei der Arbeit zu sein und effektiv zu sein, waren zwei verschiedene Dinge. Er konnte sich einfach nicht konzentrieren. Immer wieder schlug er dieselben gedanklichen Wege ein und ging im Kopf dieselben möglichen Lösungen wieder und wieder durch. Sein Denken kam ihm selbst unscharf vor, als bekäme er die vorliegende Aufgabe einfach nicht in den Griff. Perry? Kann ich sie einen Augenblick sprechen? Perry drehte sich um und sah Sandy, die in seinem Kubus stand. Sie wirkte nicht glücklich. Klar, sagte er. Gerade hat mich Samuel von Pullman angerufen. Ihr Netzwerk funktioniert jetzt schon seit drei Tagen nicht mehr. Ich arbeite dran. Ich dachte, ich hätte es gestern hinbekommen. Es tut mir leid, dass es so lange dauert. Ich weiß, dass Sie daran arbeiten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie dem Ganzen auch die nötige Aufmerksamkeit widmen. Laut Samir ließen Sie ihn den Router gestern rebooten. Zweimal. Und obwohl es beide Male nicht funktioniert hat, haben Sie es ihn heute Morgen das dritte Mal machen lassen. Perry dachte über eine Antwort nach, doch es fiel ihm keine ein. Sie verlieren Geld, Perry. Sandy klang mehr als nur ein bisschen verärgert. Es macht mir nichts aus, wenn meine Leute ein Problem nicht lösen können. Aber ich will nicht, dass sie in irgendetwas weiter rummurksen, wenn sie nicht wissen, wie die Lösung aussieht. Perry spürte, wie er wütend wurde. Verdammt, er arbeitete so hart, er konnte. Er war der Beste der Abteilung. Vielleicht gab es Probleme, die man einfach nicht lösen konnte. Also, können Sie mir sagen, was mit deren System nicht in Ordnung ist? Fragte Sandy. Zum ersten Mal fiel Perry auf, dass ihre Augen und ihre Nasenlöcher größer wurden, wenn sie wütend war. Sie sah kindig aus, schmollend. Wie ein verzogenes kleines Balk, das glaubt, dass jeder sofort springt, um seine Wünsche zu erfüllen. Ich weiß es nicht, sagte Perry. Ihre Augen wurden noch größer und ihre Hände senkten sich auf ihre Hüften. Wieder flammte Wut in ihm auf, angesichts dieser hochmütigen Geste. Verdammt, wie können Sie das nicht wissen? sagte Sandy. Sie sitzen schon drei Tage daran. Sie wissen es seit drei Tagen nicht und Sie haben nicht um Hilfe gebeten? Ich hab doch gesagt, ich arbeite dran, knurrte Perry. Sogar an seinen eigenen Ohren klang seine Stimme seltsam, voller Wut und Ungeduld. Sandys Augen blitzten auf, als sie den Blick senkte. Schließlich sah sie ihm wieder ins Gesicht. Ein fragender, leicht ängstlicher Ausdruck war an die Stelle ihrer schmollenen Mine getreten. Perry sah selbst nach unten, um herauszufinden, woraus sie gestarrt hatte. Er hatte die Fäuste so heftig geballt, dass seine Knöchel sich weiß von seiner rötlichen Haut abhoben. Er bemerkte, dass die aggressive Anspannung seinen ganzen Körper verzerrte. Es war, als wartete er auf den Wurf des Footballs. Oder einen Kampf. Das Büro wirkte plötzlich sehr still. Er stellte sich vor, wie erschreckend die Szene auf sie wirken musste. Sein großer Raubtierkörper, der sich wütend über ihre kleine, zerbrechliche Gestalt beugte. Er musste wie ein tollwütiger Bär aussehen, der kurz davor stand, sich auf ein verwundetes Rehkitz zu stürzen. Er zwang seine Hände, sich zu öffnen. Scham und Verlegenheit tröteten sein Gesicht. Er hatte Sandy Angst gemacht, hatte sie fürchten lassen. Er würde ausholen und auf sie einschlagen. Genau wie bei deinem letzten Job, stichelte sein Gewissen. Genau wie bei deinem letzten Boss. Es tut mir leid, sagte Perry leise. Der furchtsame Ausdruck schwand aus Sandys Augen und sie wirkte besorgt. Trotz dieser Änderung trat sie einen Schritt aus dem Kubus zurück. Sieht so aus, als stünden sie seit einiger Zeit ziemlich unter Stress, sagte sie leise. Vielleicht sollten sie sich den Rest des Tages freinehmen und sich ein wenig entspannen. Der Gedanke, früher von der Arbeit nach Hause zu gehen, ließ Perry erbleichen. Ich bin okay, wirklich. Ich kann das Problem bei Pummen in Ordnung bringen. Es ist nicht so wichtig, sagte Sandy. Ich werde jemand anderen damit beauftragen, sich darum zu kümmern. Gehen Sie nach Hause. Jetzt. Sie drehte sich um und ging. Perry starrte zu Boden und fühlte sich wie ein Versager. Es kam ihm so vor, als habe er sich ihr gegenüber illoyal verhalten. Er war im Begriff gewesen, den einzigen Menschen zu schlagen, der ihm eine Chance gegeben hatte, sein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Indem sie ihm diese Chance gegeben hatte, hatte sie ihm schlechthin alles gegeben. Und so dankte er ihr dafür. Plötzlich begannen alle sieben Schwellungen überall an seinem Körper gleichzeitig zu jucken und steigerten seine Frustration. Wie ein großes Kind packte er seine mit Klebeband verstärkte Aktenmappe und schlüpfte in seine Jacke. Sein IM-Melder klingelte. Sticky Fingers Wide. Hey Mann, bist du okay? Kann ich dir helfen? Eine Sekunde lang starrte Perry die Nachricht an. Er verdiente keine Hilfe. Er verdiente kein Verständnis. Ohne sich wieder hinzusetzen, tippte er die Antwort ein. Plieb mir ist blue. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin tipptopp. Sticky Fingers Wide. Nouns op. Bleib cool. Geh einfach nach Hause. Ich regel das für dich. Plieb mir ist blue. Nein. Halt dich da raus. Sticky Fingers Wide. Gut. Ich verspreche dir, dass ich kein What's for Sandy sagen werde. Aber ich lüge natürlich auch ziemlich oft. Genauso verspreche ich dir, dass ich die Sache mit Pullman nicht für dich erledigen werde. Sticky Fingers Wide. Also. Schau dir deine Papstpornos an. Ich hab kapiert. Kein Feldzweihrander. Bill würde sich um ihn kümmern. Irgendwie fühlte sich Perry deswegen noch schlechter. Auch wenn er darauf bestand, dass Bill die Finger davon ließ, würde sein Freund seine Arbeit erledigen. Als er das Büro verließ, spürte er die Blicke aller Mitarbeiter auf seinem Rücken. Frustriert und mit rotem Gesicht ging Perry zu seinem Wagen und fuhr nach Hause.